So, herzlich willkommen zu einer weiteren Top 5 Liste. Meine Nase ist ein bisschen verstopft, deswegen klingt meine Stimme ein bisschen seltsam. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, denn ich wollte die Top 5 Liste nicht noch einen Tag ausfallen lassen. Deswegen wird diese wohl ein bisschen kürzer werden. Und ja, ich fange mal an. Ich habe erst Thema die Top 5 Gamescom Neuheiten rausgesucht. Die Gamescom in Köln war riesig, wie jedes Jahr. Und das Problem ist, dort werden immer so viele Spiele, so viele Neuheiten angezeigt, angekündigt und präsentiert, dass ich es einfach gar nicht schaffe, die in eine Top 5 Liste zusammenzupacken. Deswegen bin ich mir sicher, dass in dieser Top 5 Liste was fehlen wird, was ihr euch vielleicht da drin gewünscht hättet, oder Sachen drin sind, die ihr gar nicht bedacht habt. Es war einfach für mich unmöglich, alles reinzupacken. Deswegen fange ich einfach mal an mit der Top 5 Gamescom Neuheiten. Beyond Two Souls Beyond Two Souls ist ein neuartiges Spiel. Es bringt sozusagen zwei Spiele zusammen. Man hat einmal ein Spiel, was ein wenig an Action gelegt ist, und einmal dieses ruhige, diese traurige Atmosphäre dieser Beyond-Reihe. Beyond Two Souls soll ein Spiel werden, welches unheimlich traurig ist, doch den Spieler auch immer wieder fordert. Dass der Spieler sich nicht nur auf eine Art Film einlässt, sondern sich auch komplett auf dieses Spiel einlässt, auf Action-Szenen und was alles drinne vorkommt. Doch alles wird so unter einem Schleier der Trauer liegen, denn dieses Spiel wird Ähnlichkeiten haben zu Heavy Rain und auch zu The Last of Us. Der Spielmacher wollte genauso ein Story-basiertes Spiel, was halt sehr stark nur auf der Story basiert ist. Allerdings wollte er, dass zwei Spieler miteinander zusammenspielen können und somit etwas ganz Neues schaffen. Sozusagen legte er zwei Spiele zusammen. Er schaffte Beyond und Two Souls, die er miteinander dann verknüpfte. An sich war das wirklich nichts Neues, aber, wie man erkannt hat an den Videos und Bildern, die schon gezeigt wurden, soll Beyond etwas sehr Großes werden. Für alle Xbox-Fans muss ich da leider eine Ernüchterung geben, denn das wird ein Exklusivtitel für die Playstation sein. Batman Arkham Origins Dieses Spiel war einfach nur unglaublich, dass es angekündigt wurde. Ich persönlich bin ein großer Batman-Fan, ich bin allgemein ein großer Superhelden-Fan und habe deswegen sehr viele Superhelden-Spiele auch. Dass ein neuer Batman-Teil rauskam, war einfach nur unglaublich gut zu hören, weil, als ich die Bilder gesehen habe und die Videos mit dieser hochauflösenden Grafik, dieser neuen Story, wurde es einfach einem, wie soll man sagen, warm ums Herz, weil es einfach wieder sich an diese gute Reihe der Batman-Spiele, die es bereits schon gab, anknüpfen wird. Batman wird von Jahr zu Jahr besser, manche Spiele, so habe ich es in Erinnerung, haben mit Nachfolgeteilen eindeutig nachgelassen, wie zum Beispiel Pokémon, dass einfach die Teile sich nicht mit dem Erfolg des erstens messen konnten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Batman-Spiele sich immer weiter steigerten. Dieses Spiel wird ein bisschen blutiger als die Vorgänger, dennoch wird wieder sehr viel mit Technik sein, man muss sehr viel von Batmans Waffen benutzen, von seinen ausgefallenen Ideen und sich damit durch dieses Spiel kämpfen. Ich bin sehr gespannt, besonders auf diese neue Grafik, Entschuldigung, und deswegen gucken wir mal, was die Zukunft bringt und das ist Platz 4. Platz 3 ist weniger meine Meinung, es ist mehr die Meinung von vielen anderen, ich persönlich habe mich nie zu dieser besonderen Fußballspielerei gefühlt, Allerdings habe ich jetzt mal ein paar Trailer, ein paar Bilder über FIFA 2014 gesehen. Die Spiele von FIFA, also die allgemeinen Fußballspiele, kommen jedes Jahr raus. Ich konnte mich bisher noch nicht so stark dafür begeistern, weil wenn ich Fußball spiele, dann spiele ich sie lieber in real life. Aber diese Spiele sehen unglaublich gut aus, ich weiß, dass viele, viele Millionen Spieler sie lieben und ich sollte sie auch mal ausprobieren. Zu diesem Spiel lässt sich von meiner Seite nicht gerade so viel sagen, einfach nur klasse Grafik und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Platz 3. Platz 2 ist Saints Row 4. Gut, Saints Row ist bereits raus. Man kann es nicht bereits kaufen, doch es wurde trotzdem auf der Gamescom präsentiert, es wurden zwei neue DLCs ebenfalls dafür präsentiert. Allerdings will ich nicht auf die zwei DLCs eingehen, ich will ein gemein auf Saints Row 4 eingehen. Ich persönlich besitze Saints Row 2 und 3. Es ist einfach immer dieses Unglaubliche, als ich es angefangen habe zu spielen, dachte ich, es wäre ein weiterer Teil, der ähnlich ist wie GTA. Doch mit der Zeit ist es einfach dieses Verrückte, was mich so begeistert an diesen Spielen. Ich liebe, dass man einfach alles machen kann, alles was man nicht denkt, was man machen kann und alles was man auch persönlich nie wirklich machen wollte, aber man macht es. Dass man als ein grüner Hase durch die Straßen streift und einfach, ich sag's mal, Gerechtigkeit in die Straßen bringt, ist einfach so nicht vorstellbar gewesen. Das alles in ein eigentlich ernsthaftes Spiel zu packen, also mit ernsthaft meine ich die Story, ist ein klitzekleines bisschen ernsthaft, das Spiel so nicht, aber die Story. War einfach unglaublich toll und ich bin allgemein ein Fan von sowas Verrücktem und deswegen habe ich mir Saints Row 3 geholt, Saints Row 2 ebenfalls und ich denke, Saints Row 4 werde ich mir auch holen. Zumal ich die Story sehr geil finde, dass man Präsident ist gegen Aliens. Okay, das war Platz 2. Kommen wir jetzt zu Platz 1 und Platz 1 war, als ich diese Liste im Kopf hatte, schon auf Platz 1. Denn es geht um die PS4 und die Xbox One. In dieser Liste wollte ich nicht nur Spiele präsentieren, deswegen kommen diese beiden Giganten. Die PS4 und die Xbox One, dieser ständige Krieg dieser beiden Konsolen und jetzt wurde so häufig auf der Gamescom angekündigt, das kann die, das kann die, das wurde wieder rausgestrichen, weil den Leuten es nicht gefallen hat, dass sie sich einfach weiter bekriegen und diese zwei Gemeinden wirklich gegeneinander schlagen. Man hat auf der einen Seite natürlich die Sony-Fans, die seit ewigen Zeiten dem Playstation hinterherhängen und man hat auf der anderen Seite die Microsoft-Fans, die sich natürlich nur für die Xbox aussprechen. Die Xbox hatte zu Beginn eigentlich mit Negativ-Schlagzeilen gepostet, aber mittlerweile haben sie so viel geändert, dass die Xbox One eindeutig auch eine gute Konsole ist. Ich persönlich weiß noch nicht, welche Konsole ich mir hole. Ich finde beide unglaublich interessant und beide sehen ziemlich geil aus. Bisher hatte ich eher Playstation-Anhänger, war ich, ich habe mehr Playstations und deswegen mal sehen, was ich mir holen werde. Ich weiß noch nicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch holen werdet, ob ihr die Playstation 4 wollt oder die Xbox One. Nebenbei ist bei dieser ganzen Präsentation über die PS4 und die Xbox One eine Sache ganz in den Hintergrund getreten, nämlich Nintendos Ankündigung für den 2DS, also die neue Generation des 3DS, ja toll, wofür sich dann wirklich kaum einer mehr interessiert hat. Aber sollte auch mal erwähnt werden. Und das war meine Top 5 Liste der Top 5 Gamescom Neuheiten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich lege mich jetzt wieder schlafen und wieder gesund werden und wir sehen uns demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.